so da bin ich wieder ihr lieben ja wir haben ein paar probleme ziemlich massive probleme denn es ist zu warm geworden ja ich glaube ich musste mir doch mal irgendwie ein bisschen kopf drum machen wie wir das ganze hier gestalten denn spätestens mit der stahlproduktion ist das hier definitiv zu heiß geworden sie war die beste auf dem teppich kackmaschine der welt das stimmt wohl ich glaube es macht tatsächlich sinn wenn wir erst mal die sohle in einen tank leiten und die dann fertig mischen zu einer passenden temperatur schwierig also ich will jetzt erstmal den salzer hier zerlegen dann was wir auf jeden fall mal machen ist das hier zu trennen die rohrbrücke hier zerlegen die brauchen wir nicht zerlegen dass erstmal kein warmes wasser mehr nach hierhin kommt weil man sieht schon es ist hier definitiv zu warm das läuft da rein das kann jetzt auch erstmal leer laufen bis wir den salzer weg haben so wir haben doch noch eis hier rumliegen oder ja okay das allheilmittel für den notfall ernsthaft jetzt fällt mir okay dann müssen wir das anders machen dann bauen wir halt das ding hier und setzen hat man nach hierhin so in salzer ist schon mal weg dann kommt die rohrbrücke jetzt hier weg und dann gehen wir mit dieser leitung auf den tank hier so dass wenn jetzt allerdings auch isolieren stopp das ist erstmal falsch hier erstmal muss das wasser zurück zu ende laufen hier so das kann jetzt da in den tank laufen oder nach da laufen ist mir eigentlich egal mal gucken dass wir jetzt irgendwie mal die temperatur hier retten ansonsten haben wir relativ schnell ein problem mit unserem essen vielleicht jagen wir auch nicht mal gerade das ganze warme zeug hier durch sondern erstmal ein bisschen das kalte so dann sollte es wenigstens schon mal die umgebung hier wieder ein bisschen abkühlen auch wenn es erstmal ein bisschen dauert ja nicht so förderlich ist jetzt gerade auch die geschichte hier mit dem regolithen dann müssen wir jetzt gleich auch mal dran ganz dringend weil wir genug stahl haben wir haben genug stahl so jetzt ist das weitere problem wir haben keine schutzanzüge machen wir das denn hier wo ist denn jetzt blöde rohl geblieben ich würde sagen na drohle ist weg aber das kann doch nicht wahr sein hier okay heute ist auf jeden fall der stream der pannen ruhe weg teleportiert ja es ist halt einfach weg ist voll geil ich mag das ja das ohne solche komischen sachen macht es funktioniert nicht verdammt so machen manometer so das war jetzt das was man mal da genau luft wie geengt wo seid ihr eingeengt das hier mittlerweile zu viele tiere das ist nicht mehr schmerz seltsame ob wir haben ja auch petroleum bekommen okay Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ich glaube, die letzten... Ja, den weht kalt, Kerstin. Aber so wild ist es zum Glück noch nicht. So, jetzt das Problem mit der Bewässerung. Gut, damit kann ich aber leben. So, wir schließen das dann mal an. Eigentlich können wir dann jetzt auch tatsächlich hier schon wieder, sobald das da abgezogen ist, nach unten, können wir dann auch das Wasser hier wieder auf die Leitung nehmen. Was von da kommt, ist nämlich passend temperiert. Ich glaube, der ist jetzt aufgewischt. Gut. Jetzt erstmal hier oben dicht. Genau wie hier. Mach mal zu. Können nicht alle Probleme gleichzeitig lösen, das funktioniert nicht. So, Safti ist dann jetzt hier am Aufwischen. Dann sollte es den Kollegen jetzt hier gleich auch wieder besser gehen. Weil das Wasser mittlerweile auch 44 Grad hat. Also so wild ist es dann auch nicht. Ah, dass wir Petroleum haben, das finde ich gut. Auch nicht viel, aber ein bisschen. So, wir haben übrigens auch wieder Wasser für unsere Forschung. Ist doch der Hammer, oder? Ich stehe da nicht hin. Aber es sieht so aus, wenn die da nicht hinkommen würden. Okay. So, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Stahl für die Bunkertüren. Dann können wir das gleich machen. So, jetzt erstmal zusehen, dass wir aber unsere Essensproduktion wieder am Laufen bekommen. Und dann gehen wir mal hier jetzt einfach da runter und sparen wir uns den Klimbim hier. Ach, da war ja was. Ich habe die Wärmetauschplatte zerlegt, ja. Oder ist es noch warm genug? Es war ein bisschen zu warm hier unten. Knapp 100 Grad. So, dann kipp mal weiter da drauf. Keine Ahnung, wie viel Ruhe wir haben, aber da muss ein bisschen mehr hin. Das ist leider echt nicht viel. Eloran, gute Nacht wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, die Tiere können wir auch mal wieder rausrollen hier. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Aber ein Hoffnungsschimmer. Wir haben etwas Wasserstoffvorrat. Erloren verlässt das sinkende Schiff. Gute Nacht. Was heißt hier sinkende Schiff? Wir sind weit davon entfernt zu sinken. Unfassbar. Frech. Frech. Die Kerstin hier heute schon wieder. Keine anstehende Lieferung. Hä? Da unten steht doch. Achso, da war das noch Petroleum. Das war Petroleum. Okay. Ja, mehr Rohöl haben wir nicht. Dann hoffe ich mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. So, wir machen dann jetzt erstmal hier. Das rollen wir mal eben draus. Dicht. Dann zerlegen wir den nochmal. Und dann machen wir gleich über Eck einen Luftdurchdurchsing Ziegel hier hin. Und dann will ich hoffen, dass das funktioniert. Ich glaube, der muss auch noch zerlegt werden. Und dann muss da wieder ein Auslass hin. Ich hoffe, dass das funktioniert. Deswegen nimmt man immer 200 bis 300 Kilo Rohöl. Oder Flüssigkeit. Aber leider haben wir die nicht. Und das könnte noch ganz schön lange dauern, bis wir da drankommen. Wow. Nafta. Ja. Aber ich will jetzt nicht einfach das nachmachen, was du gemacht hast, Kerstin. Wir verbleiben jetzt einfach so und fertig. Das kriegen wir hin. Zur Not machen wir das Ding nochmal offen und machen dann richtig Ruhe drauf. Das ist ja zum Glück nicht weit weg vom Weltraum. Also zur Not können wir den auch platzen lassen. Ja. Das ist Goldamagan. So. Das ist Goldamagan. Da war Steve. Ja. Aber Steve war nicht so das, was ich haben wollte. Glaub ich. Ach, Schitte. Der muss doch erst gebaut werden. Okay, wenigstens sind die ISO-Ziegel. Nee, noch nicht. Ganz. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Hm. Keramik können wir hier schon mal einstellen. Apropos Keramik. Der ist gleich auch voll. So. Wenn ich jetzt sage... Ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal um andere Sachen kümmern hier. Auslauf. Nach dahin. Bevor der aber gleich wieder loslegen kann, trennen wir das mal. Da soll auch noch ein isoliertes Rohr hin. Ist auch nicht so ewig viel Wasser, was wir hier drin haben. Wo ist das Petroleum her? Das habe ich aus Versehen da unten wohl irgendwie generiert. Ist auch nicht besonders viel, aber nur ein bisschen. Ein bisschen Petroleum. Komm, Jessi. Aufstehen. Jetzt muss ich jetzt nochmal wieder geduscht werden. Vor die liebe Jessi anfängt zu arbeiten. Ach, er macht jetzt erst das. Das wäre wichtig, gerade. Nachdem geht es gut. 45 Grad, das funktioniert. Das werden zwar nicht unbedingt danach wieder Slickstar, aber... Erstmal funktioniert hat. Jetzt sieht es so aus, wenn die zwischendurch gehen mit irgendwelchen Dreckoskuschel. So, haben wir das erledigt. Gut, dann jetzt hier aufräumen. Zack, zack. Manchmal falten sich auch Flüssigkeiten hier, seltsam, ne? Wie komisch aus, wie das da so rumwurbelt. Einen schönen guten Abend an alle. Hallo, One Piece of a Toast. Ich grüße dich. Na, wie schaut's? Kommt ihr da nicht dran? Doch. Und Jessi ist da hinten am Baum. Wie machen wir das denn mit dem Schleusen hier? Ganz ehrlich, die Karte ist ganz schön klein. Ja, ich würde schon sagen, wir müssen das mal hier hinpacken. Aber wir haben hier auch ungefähr 80 Millionen Viecher, die jetzt da sind. Und wie läuft die Minibase? Frag nicht. Pst, chaotisch, aber nicht weiter sagen. Gar nicht. So chaotisch ist es nicht mehr. Ich habe schon einige Probleme wieder gelöst bekommen. Was machen wir mit den ganzen Viechern, verdammt? Das sind viel zu viele. Wo wir denn unsere Kalorien weiter so runter sinken, dann glaube ich, werden wir auch langsam mal den ein oder anderen hier weg machen müssen. Bist du alt? Ja, okay, der steht gleich. Ich bin schon gewundert, weil er im Poképanzer steht. Eigentlich wäre hier halt eine Schleuse ganz sinnig. Hier demnächst die Linie ist für die Rakete. Pi mal Daumen. Deswegen wäre eine Schleuse hier nicht so verkehrt. Aber wir stellen sie erstmal nach hier hin. Das würde ja auch gehen. Wahrscheinlich E50 Millionen mal umstellen müssen. Können wir das doch einfach machen. So. Und ich hoffe, dass die Viecher nicht über die Schutzanzug-Docs laufen können. Ich weiß es nämlich nicht. Und das Gute ist, Sauerstoff ist in der Nähe. Oh ja. Strom müssten wir auch in der Nähe haben. Ja. Das ist der erste Versuch. Ja, ist es. Und schlimm ist es auch nicht. Genau. Es gab auch einen horizontalen Base. Aber die durfte aber auch nicht viel mehr Platz bieten. Nur größere Raketen ermöglichen. Ja, habe ich auch gesehen gehabt. Das Dingens. Das Design. Aber eigentlich braucht man nicht größere Raketen. Also mit den Raketen, was man hier bauen kann, kann man eigentlich alles erreichen, was man will. Nur nicht unbedingt so viel Klamotten liefern. Also im Sinne von, die haben nicht unbedingt so viel Stauraum. Aber man kommt mit der Größe überall hin, wo man möchte. So. Wir zerlegen jetzt mal die Leitern hier. So. Und dann müssen wir hier auch noch eine Möglichkeit schaffen, dass die hier nicht mehr abhauen. Und dann ist der obere Bereich hier einfach jetzt Schutzanzugbereich. Können wir sonst mal irgendwo hin? Nö. Okay. So. Wie weit sind wir bei dieser Geschichte hier? Da müsste jetzt noch ein luftdurchlässiger Ziegel hin. Hier müssen isolierte Ziegel hin. Oh ja. Dankeschön, Kerstin. Das wäre jetzt nicht so problematisch gewesen, aber besser ist dann doch so rum. Okay, die Viecher können zum Glück nicht auf den Dingern laufen. Das wäre jetzt sehr super geil geworden, wenn die da stiften gegangen wären. Das wäre nicht so cool gewesen. Ah, das hat funktioniert sehr gut. Da ist hier auch einer hin. Dann können wir das Ding jetzt auch mal verbinden. So. Und dann kann das hier auslaufen. So. Flüssigkeit läuft. Dann können wir das da zerlegen. Das gedönnt hier. Weg damit. So. Ne, das machen wir anders. Mal so. Dann läuft es eben abwechselnd. Und also, wenn ich jetzt die Brücke direkt da drauf mache und das kommt die ganze Zeit von rechts, dann kann da nichts ablaufen. Das wäre doof. So, das habe ich jetzt, ne? Ja. Dann gucken wir mal, ob das jetzt gleich so läuft, wie ich mir das denke. Also, erst nach da. Wow. Nochmal. Als erstes nach da. Ah, vielleicht funktioniert das ja sogar noch schon. Jetzt muss ich da noch mehr komische Knoten reinmachen. Ja, schade. Ah, Mann, oh nie. Warum will das Spiel denn nicht immer einfach... Kannst du das nicht einfach so machen, wie ich das gerne hätte? Das wäre eigentlich ganz cool. So, und ich wette, es gibt jetzt mit Sicherheit eine deutlich einfache Lösung, das zu machen. Oh, wow. Jetzt ist er gerade aktiv geworden. Schnell, macht es dicht, macht es dicht, macht es dicht. Na, Glück hat. Gut, das war... Glück. Wir sind mal alle Pips ausgebüchselt. Was war das ein Spaß? Das kann ich mir vorstellen, dass das richtig spaßig war. Äh? Ah, jetzt. Gut, jetzt tut es auch so, wie es soll. Wat ein Rohrchaos hier. Aber es tut es. Es tut es. Es macht doch gerade Spaß, wenn alles nicht klappt. Also uns beim Zusehen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, was euch das Spaß macht. Oh, hier ist irgendwie... Hä, wie ist hier jetzt wieder Sohle hingekommen? Hä? Äh... Wie? Wie? Das Spiel mysteriös. da war da noch sohle in der leitung die zerlegt habe das kann natürlich sein okay essen wieder unter kontrolle temperaturen sind mehr oder weniger unter kontrolle ich sag mal eigentlich sieht es gerade ganz gut aus wir haben wenigstens die hitzen hier hätte sie hier schon mal links und rechts ein bisschen eingesperrt jetzt geht es gleich auch wieder gut eine nicht zu unterschätzende kalt ressource auch wenn es dauert wenn die wenn die zahm sind okay ich bin auch froh dass das jetzt dann gleich erstmal erledigt ist so sohle hat man jetzt schon das mittelt sich jetzt irgendwo durch die metall raffinerie dann müssen wir nun mal gucken wann wir hier eine passende temperatur haben dass wir das ganze mal entsalzen möchte hier oben die 20 grad liegen und aktuell sind wir da noch nicht so wir machen auch gerade nichts neues aber was wir machen könnten wir mal wieder ein bisschen kupfer weil aktuell haben wir nicht mehr besonders viel veredeltes metall da ist nämlich gerade jede menge wow es gerade jede menge metall drauf gegangen sagte er guckt nach und das ist alles aus stahl gebaut worden gibt jetzt gleich erstmal schöne sauerstoff explosion hier inklusive geplatzer trommelfälle jetzt schon wieder so einen blick drauf ach konny hallo ja es ist doch kupfer da warum nimmt das spiel denn bitte stahl auf dem felsen da oben ist gruppenknudel angesagt oh ja hat die fliecher da sieht so aus wenn die eine rallye starten hier immer einmal drumherum meine armen ohren das ist nicht so schlimm deine augen gleichen das aus gerade ein verrückter blick außer wenn die pokies ja dann ist da eventuell gruppen kaputthauen angesagt also sicher danke danke ja 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 wir kriegen das heute noch hin ich bin zuversichtlich dass wir das bis 11 uhr schaffen dass die dinge aus kupfer gebaut sind ob man ja ja das ist doch nicht wahr ja das ist doch nicht wahr so wir können uns dann mal weiter dem hier widmen ja ja machen wir es so kommt da gleich eine flaschen entleerer stimmungs der bums da drauf ist elf vier docks aus kupfer bauen niemals meinst du ich glaube das schaffe ich ich bin zuversichtlich dass ich das schaffe wie kommst du da hin schau mal schau mal also bis zum erdöl vorkommen ist es schon gefroren gefroren hat sich nämlich falsch an erstarrt glaube ich das bessere wort nur hat keiner bock das aus kupfer zu bauen doch jetzt habt ein gewusel hier auch so ein bisschen hypnotisierend was sie machen wenn diese geräusche dabei nicht so anstörend wären mal wieder ein krasser fall von ohne asmr 1400 grad sind immer noch ordentlich warm da stimme ich dir zu aber dadurch dass sie nur darauf laufen müssen ist das nicht so ein problem so was nehmen wir denn mal wir nehmen mal wie viel petroleum haben wir denn nicht so viel hat doch vier kilo nehmen wir hier mal petroleum das ist ja die frage ob wir den ganzen bereich dann hier einfach auch als schutzanzugbereich abgeben das problem ist wir haben noch keinen schutzanzug training obwohl moral technisch geht es eigentlich echt gut klar die kommt dort überhaupt der dekor ist jetzt nicht so schlecht gut jesse hat wahrscheinlich auch etwas mehr dekor vor durch ihren dekorativen anzug tatsächlich die anzüge schätze ich mal ja saftiert als einziger keinen nacken mich immer tatsächlich schon schutzanzug training so kerstin könnten wir es könnten wir es geben ok das geht schon wohl jesse safti das geht auch noch wird haben wir das auch erledigt so das können wir dann mal lassen wir wischen dann hier und zerlegen den und dann haben wir da auf jeden fall petroleum liegen ja ich habe heute noch vor so mini schleusen gewarnt aber wir haben gerade auch noch nicht besonders viel material um das tatsächlich auch dann hier anders zu gestalten deswegen kann ich es jetzt nicht ändern müssen wir leider so machen dann deklarieren wir diesen ganzen bereich einfach als schutzanzug bereich sagen ihr dürft hier nicht mehr durch genauso wie ihr hier nicht mehr durch dürft jetzt wo jeder schutzanzug training hat sie sollte das kein problem sein und sauerstoffe sollte eigentlich auch dauert jetzt ein bisschen aber sollte eigentlich auch nicht das problem sein eventuell müssen wir das nochmal anders legen oha ok also stromtechnisch sieht es nicht mehr so kacke aus dann könnten wir tatsächlich vielleicht auch hingehen und das mit da dran nehmen naja das wird uns voll um die ohren fliegen zu jesse da unten eingesperrt wirklich jetzt weißt du nicht was zu machen soll warum ach so ja macht sinn ne ne der sonnstein ist nicht ausgegangen die kam nicht dran weil alles hier drin liegt und da kamen sie nicht mehr hin so jesse laufmann hier hin jetzt jetzt haben wir es am laufen wow so also Petroleum haben wir hier dann können wir hier eigentlich runter hier haben wir auch über ein vakuum dann würde ich sagen Verbrennung auf 3 und dann gehen wir jetzt mal hier runter ach quatsch keine sorge ihr lieben es kann es kann eigentlich nur jesse hier runter und buddeln also glaube ihr braucht euch wenig sorgen machen jesse ist nicht mehr hier jesse ist nicht mehr hier die hat dann weg gehabt warum hast du Lagerwälder gebaut und nicht alle auf einem Ziegel liegen lassen ganz einfach weil die sich dann zwischendurch darum kümmern können wenn sie Bock haben und so viel Material liegt hier tatsächlich nicht dass das nicht einfach in Lagerwälder geht weil der Vorteil dann können sie es zwischendurch einfach aufräumen wenn sie Langeweile haben so wie jetzt zum Beispiel gerade mich immer aufräumt das ist der Vorteil im Gegensatz zu einem Zentrallager weil beim Zentrallager hast du immer das Problem dass irgendwer dann auf die Gedanken kommen könnte es einfach leer zu räumen Apropos leerräumen Agmatid, Stahl, veredelter Kohlenstoff, Diamant wir müssen jetzt alles hier ausschließen was nach da oben kommen könnte Agmatid, Obsidian Stahl Edelter Kohlenstoff Was ist denn dabei? Da Wolfram, Miet und Wolfram Irgendwas vergesse ich sowieso Es ist eindeutig zu viel Platz auf der Map wenn Conny dröuft sich Lagerwälder bauen kann Ja das wird sich doch noch ändern als wenn ich jetzt hier schon final fertig bin mit meinem Design wir nehmen natürlich den Kalk so dann können wir die ganzen Mist hier mal ausbuddeln Mhm äh, warum ist da ein Gas? weil ohne mich heute extrem ärgern will ohne will mich heute einfach nur ärgern mehr nicht du ärgern hier ist sauergas hat doch wieder einer obwohl ich es nicht wollte was hast du reingesteckt mich ihm an er ist eine gute idee gewesen ist das panne ist das panne genau aus dem grund habe ich heute noch gewarnt man soll diese kleinen scheiß schleusen nicht bauen so aber man kann ja auch nichts hier ausschließen was man noch nicht entdeckt hat erst ab dem punkt wo man was ausgegraben hat kann man es ausschließen man es gibt momente da hasse ich dieses spiel das könnt ihr euch nicht vorstellen ja im nachhinein kerstin ist man immer schlauer ne ist das schöne da dran so so ja aber das ist total das ist einfach nur dämlich tonny es ist einfach nur panne dass man die sachen erst auswählen kann wenn man sie wirklich schon erforscht hat oder gesehen hat finde ich echt doof das hat mich schon so oft irgendwo irgendwo ja richtig angeschissen dass es so ist bei diesem game es ist halt immer so egal ob es irgendwie mit essen zu tun hat oder mit anderen sachen es ist einfach nur panne dass man die sachen erst auswählen kann wenn man auch schon wieder petroleum hier eine ahnung warum eine große ersparnis ja mein gott immerhin natürlich es gibt trockenbrot mit luft so mache ich hier überhaupt ist voller quatsch es wird auch voll anstrengend dass co2 da jetzt wieder rauszukriegen aber ich bin zuversichtlich dass wir das schaffen ja kannst du sehen die pumpen ja ja das habe ich jetzt vor wir werden jetzt erstmal hier die schleuse wie ja sowieso schon relativ kühles kühlen und dann werde ich hier eine pumpe gleich hinstellen die wir mit der sohle die hier lang läuft auch kühlen den kann man damals erleben dann läuft sollte das jetzt gleich relativ voll laufen das war irgendwie anders geplant so dann können wir da jetzt erstmal so dann können wir jetzt hier eine schleife legen dann können wir jetzt gleich hier die pumpe hinsetzen und dann ist das thema wieder alles schön aufwendig wird nicht hätte sein müssen dann können wir den auslauf zerlegen ja gut aber jetzt haben wir schon mal eine notfallpumpe hier stehen die wir bestimmt noch mal brauchen werden ich bin sogar ziemlich sicher dass wir sie noch mal brauchen werden da haben wir jetzt eben nur noch ein nagerwälder rumfliegen der probleme machen könnte glaube nicht so und für den fall der fälle machen wir jetzt hier auch noch mal eine kühlung rein so dann haben wir es und dann können wir nach unten kommen die 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 Kommt es so wenig, dass die Pumpe auch nicht wirklich interessiert. Aber für den Fall, dass wir mal ein Gas hier haben, was problematischer ist, haben wir auch eine richtige Kühlung dabei. Ich glaube, dass vieles da unten festgeworden ist und macht das Ausgaben relativ angenehm. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein großer Vorteil hier. So, dann machen wir es bis da. Bis hier. Aber es ist anscheinend nicht so viel, dass es hier Probleme macht bei den Schutzanzügen. Also den Diebes wird auf jeden Fall nicht besonders warm. Hä? Hä? Habt ihr euch jetzt an euch selbst verbrannt, oder was? Wieso könnt ihr nicht raus? Ihr habt nichts zu tun, oder was wollt ihr mir sagen? Ja, wenn es nicht fest wäre, könnte man es auch nicht ausgraben. Ach, diese weißen Sprüche von Kerstin. Ich liebe sie. Zu da gekuschelt. Wieso hat sich denn jetzt einer verbrüht? Ich verstehe es nicht. Ist halt Quatsch. Weisheit in Person. Ja. 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 Okay. So, das wäre eigentlich ja ganz cool, wenn wir hier einen Dampfraum reinmachen würden. Obwohl den Platz brauchen wir. Das geht nicht. Wir können hier keinen Dampfraum hinmachen. Das funktioniert nicht mit dem Dampfraum. Zumindest nicht nach hier. Hier wird es hingehen. Müssen wir noch ein bisschen weiter buddeln. Das ist eigentlich aus den Bunkertüren geworden. Das ist eine gute Frage. Das wäre noch so ein Thema, worum wir uns gleich kümmern könnten. Noch mehr Slicks da. Ich glaube, die möchte ich jetzt nicht mehr haben. Wir haben genug Viecher brauchen wir nicht noch mehr. Nehmen wir noch Plastik oder nehmen wir Rost? Ne, Plastik. Aber ein Jessie kann auch nicht gleichzeitig bauen und graben. Das funktioniert nicht. Die muss jetzt eine Sache in der Hana machen. Sinnvoll wäre hier eigentlich auch wieder eine Schleuse. Das können ja vielleicht die anderen sogar graben. So, versuchen wir es mal wieder mit der kleinen Minischleuse, die so gut funktioniert hat. Ich will ja hoffen, dass wir nicht zu lange zu viel nach hier oben müssen. Eigentlich wollte ich mich da jetzt nicht unbedingt darauf konzentrieren, hier oben noch irgendwas zu machen. Eigentlich Bunkertüren hin und erstmal Thema durch, hoffe ich. Wollen wir nach Ruhe? Stimmt. Da kommen wir nicht mehr hin. Okay, da ist das auch ein bisschen Quatsch, dass wir die Tür da noch haben. Da ist schon wieder Petroleum entstanden. Ja, ich habe aber keine Ahnung warum. Es wird nicht mal annähernd so warm hier. Also, ich meine, klar, dass Abisolita drunter ist warm genug, aber irgendwie verstehe ich es nicht. Ich habe heute einen kleinen Petroleum-Boiler hier gebaut. In Mini-Format. Das muss mir erstmal einer nachmachen, so klein. Und nur mit Slickstar. Da ist... Ich weiß nicht, warum das da passiert. Das ist ja nochmal... Ich meine, wenn hier rohlen ist, das wird ja auch nicht so warm. Los, mach mal Piggier. So. Das Roll wird hier... ...nicht warm. Ich habe keine Ahnung. Ja. So. Mein Petroleum-Boiler. Easy. So. Dann graben wir uns jetzt hier durch. Und jetzt mal gleich die blöden Bunker-Türen dahin. Ich hätte gerne hier eine Tür hin. Warum? Ich möchte ausschließen, dass jetzt irgendjemand hier den heißen Stahl da rausholt. Nein, nein, nein. Komm. Jesse. Das schaffst du. Ich glaube da ganz fest an dich. Alarm-Oberflächendurchbruch. So. Stop. Das kann sich hier nicht drei hoch auftüren, ne? Nö. Ja, sehr gut. Dann machen wir einfach von hier jetzt... Äh? Achso. Musst du beim Phase-Change-Bug nicht trotzdem die Umwelt-Wandlungstemperatur erreicht werden? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das funktioniert. Aber... Funktioniert. Für mich schon seltsam. Das Problem ist, dass hier kein neues Rohöl hinlaufen kann, solange da Petroleum ist. Heißt du, ich müsste es immer wegwischen. Da. Könnt ihr da jetzt... Nein. Der muss mal weggegraben werden. Der sollte aber gehen. Nachte ich. Geht das nicht? Ach, die können hier nicht langlaufen? Oh. Ich bin da fest von ausgegangen, dass die da langlaufen können. Doch. Können sie auch. Jetzt musst du dir das heiße Eisen da holen, ne? Das ist unfassbar. Okay, anscheinend kommen die da nicht durch, weil theoretisch, dass hier drei Felder hoch ist, schätze ich mal. Ja. Komm, das lassen wir erstmal weggraben. Grenzen jetzt wieder weg. Ja. Dann machen wir da jetzt einen isolierten Ziegel aus so einem Stein gleich hin. Und... Hier können wir schon eine Bunkertöne setzen. Wir haben gleich zu viel Wasserstoff. Dann müssen wir, glaube ich, mal hier die Kohle Generatoren gegen Wasserstoff Generatoren tauschen. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Da ist aber gerade viel Liebe in der Luft. So. Wenn wir den fertig haben, machen wir die letzte und dann ist das Thema durch. So. Hier. Unser Petroleum Boiler. Den müssen wir am Laufen halten. Die guten fünf Kilo immer. So. Thema durch. Dass wir da jetzt ein Vakuum zwischen haben, sollte da auch nichts passieren. Erstmal. Und dann macht's ja, legen wir den mal. Können wir jetzt hier auch graben. Dann können wir das hier eigentlich auch wieder offen machen. Wer ein bisschen reguliert, wird sich wohl abkühlen. Wie wenig ist das gar nicht. So. Dann können wir hier noch isolierte Ziegel hinsetzen. Oh. Erstmal warten wir vielleicht darauf, dass es jemand baut. Ach, Jessie macht wieder ein Nickerchen. Komm, Jessie. Komm, Jessie. Put, 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 put. Wo holt ihr das? Das bringt das Eisen die ganze Zeit da. Okay. Oh, nee. Das ist so klar gewesen, dass in dem Moment wieder einer da oben reinlaufen muss. Nee, komm. Bis die Tür offen ist, dauert das fünf Jahre. Da können wir so besser eben neu bauen. Die wollen heute auch sterben. Ohne Spaß. Die wollen einfach auch sterben. Und Blödsinn machen. Das können sie heute auch gut. Jetzt bleibt da weg. Nein, nein, nein. Runter mit dir. In die hinterste Ecke hier. Na. Ist ja auch noch so flott hier, der Michi Mana. Ist unfassbar. Danke. So. Jetzt haben wir das Problem. Da liegt noch Stahl. Das Regolith muss eingelagert werden. Nee, ich glaube, es ging hier um das Eisen, was hier rumliegt und das Kupfer. So. Dann machen wir da jetzt Licht und dann ist das Thema erledigt. Dann müssen wir weiter rüber, dann könnten wir tatsächlich hier unten anfangen, Dampfraum zu bauen. Er muss ja nicht besonders groß sein. Wir können im Übrigen hier auch Sachen weggraben. Soll noch nicht zu viel weggraben, sonst haben wir nichts mehr, was hat abkühlt. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Algenkeuchwurz. Kupfererz. Ah, das Kupfererz. So. Dann dürfen hier die Leutchen wieder rein. Hier ist ja auch noch das Erdölvorkommen, das habe ich ganz vergessen. Das können wir ja auch. Können wir ja gar keinen Dampfraum hinbauen. mit dem Erdölvorkommen hier. Das ist natürlich richtig mistig. So, und unser Wasserstoff Tank leert sich langsam, stetig. Das heißt, wir zerlegen mal hier die ganzen Gebäude und dann bauen wir hier ein zweites Stromnetz hin für die Metallraffinerie. So, hier würde ich gerne zumachen und dann hier Isoziegel ziehen. Dann können wir ganze Abyssalid hier abbauen. Aber wir sollten hier auch noch unbedingt Feuer alles wegräumen. Petroleum, wo geht man denn unser Petroleum hin? Einfach nur ein Loch, wo es erstmal hin kann. So, da kam rein. Petroleum. Ich bin gespannt, wie viel wir mittlerweile haben. Wir generieren ja stetig Neues. Oh, ja, die ist noch nicht eingestellt gewesen. Danke, Kerstin. Das ist oben noch nicht so richtig zu. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so wild. Ähhhhh. Können wir hier auch noch dicht machen. Hm. Bis das Material auch manchmal einfach nach unten droppt, wenn es dazu Lust hat, ne? Find ich manchmal ein bisschen doof. Jetzt zum Beispiel ist es nach oben getroppt. Gibt es dafür eine logische Erklärung oder macht das Spiel einfach manchmal das, was es will? Ist es nach oben getroppt? Ist es nach oben getroppt? Ist es nach oben getroppt. Da steht das, wer will. So. Hier aber aufgeräumt. Und da nicht aufgeräumt. Und das da bitte weg. Na, das funktioniert so nicht. Der ist an der Stelle eigentlich auch überflüssig. Äh. Wie viel Zeug liegt denn da? Äh. Nicht direkt bei den Massen. Von unter, ich glaube 5 oder 10 Kilo muss nur ein Anliegen habe. Ich soll die Ziegel eine höhere Temperatur haben als der Siegel. Base Change Punkt von einer Flüssigkeit. Äh. Und dann wird da so schnell einfach Petroleum raus? Wie bescheuert ist das denn? So. Monmon, vielen Dank für deinen Hooray. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wie war es noch bei euch mit Stardew Valley? Erzähl. Und natürlich willkommen hier an alle. Ihr Lieben, schaut gerne bei Monmon vorbei. Und natürlich auch bei Jessie, die ja mit ihm gespielt hat. Äh. Die beiden Spielen Montag, Stardew Valley. Normalerweise hätte ich jetzt auch zugeguckt. Aber. Ja. Ich musste noch einen Ausgleich haben für morgen. Morgen können wir leider keine Challenge spielen. Deswegen müssen wir heute dann mal ausnahmsweise darauf ausweichen. Ich muss die ganze Zeit Arbeit machen. Und Jessie hat die Leute unterhalten. Ja. Gerechte Arbeitsteilung, würde ich sagen. So. Können wir das hier auch alles ausgraben. Und hallo Benni, ich grüße dich. Lange nichts gehört. Wo hast du gesteckt die letzten Wochen, Monate? Äh. Ja. Du könntest schon morgen Speedrun machen. Hä? Nein, morgen ist ja Vollgeist dran. Sag nicht, darum ging's. Wo kommt das? Wow. 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 Glück läuft es die ganze Zeit wieder da rein. Jetzt müssen wir nur noch eine Möglichkeit schaffen, dass das hier automatisch... eigentlich müsste das gehen. Zerlegen mal den. Zerlegen die. Dann bauen wir jetzt da ein Isoziegel hin. Da müsste unser kleiner Mini-Petroleum-Boiler ja direkt funktionieren. Wo kommt der Pit-Quietscher her? Äh, der Knudel... Äh, der Knudel-Quietscher. Wo kommt der her? Äh. Äh, 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 äh. Oh no, 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 no. Keine gute Idee. Mist, wie mach ich das denn jetzt? Dann legen wir mal den Gitterziegel und dann setze ich da eine Tür hin. Jetzt funktioniert das wieder nicht mehr. Okay, das funktioniert anscheinend nur, wenn da ein Ziegel ist und da ein Gitterziegel ist. Äh, ne, dann müssen wir das wieder zurückbauen. Hm, verstehe ich doch nicht wirklich, wie der Bug funktioniert. Muss oben drüber ein Ziegel oder eine Flüssigkeit sein? Ja, auf jeden Fall... Darf da anscheinend nicht zu viel Ruhl sein. Oder... Naja, da muss ein Isozigel sein, ich hab keine Ahnung. Was macht Pipi? Vielleicht funktioniert der Bug jetzt auch nicht mehr. Zu viel gewollt. eine Mini-Pumpe rein? Ja, und wie hätte man dann... Das... Ja, wäre das Problem gewesen, ab wann hätte die Pumpe anspringen dürfen und so. ist jetzt CO2 drin. Deswegen kann das da nicht mehr hin. Es ist doch vorhin auch funktionieren. Du hast die Sachen kaputt gemacht, Korn hier. Ja, das ist gut möglich. Ja, wir kramen das hier mal aus. Dann können wir hier Leitern setzen. Äh... Geht das hier über den anderen vielleicht bauen? Nee... Wieso kommt denn hier kein CO2 mehr hin? Unsere Slicks da verhugern! Oh nooo! Ach so, hier ist ein Schutzanzug-Bereich, ne? Das geht aber auch nix. Oh, jetzt ist alles kaputt. Jetzt haben die Slicks da nichts mehr zu essen. Weil da auch kein CO2 mehr hinkommt. Oh nooo! Das funktioniert ja auch nicht. Ich hab wirklich alles kaputt gemacht. Guten Abend zusammen. Toni, du warst doch schon hier. Oder vertue ich mich gerade? Aber einen guten Abend wünsche ich dir auch. Ah, ein Gefühlmauswelpe. Die dürfen wir leider nicht nehmen. Ich weiß, warum es gerade nicht funktioniert. Hatte mit dem Bug. Sonst war unten rechts mal nur Sauerstoff. Wahrscheinlich eingesperrt und der konnte nach oben links weggedrückt werden. Der Kohlendioxid konnte den Sauerstoff eben aber nicht einfach wegdrücken. Deswegen hast du alles kaputt gemacht. Ja, ich wollte es... Sorry, gute Nacht. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ja, dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht, Toni. Und dann, ja, sehen wir uns dann vielleicht die Tage. Bis dann, tschüss! Komm, ich nehme mal ein bisschen Omelette. So, jetzt gibt es auch wieder was zu essen. Es ist alles kaputt. Wahrscheinlich leben die eh nicht mehr so lange. Ja, ja, ja. Da passiert nichts. Es ist seltsam. Nö. Also, nicht so kalt, dass es ein Problem darstellen würde. Ja, keine Ahnung. Der Bug funktioniert nicht mehr. Dann müssen wir auch immer mal gucken, dass wir hier demnächst dann irgendwie anfangen, einen Dampfraum zu bauen. Also, wir könnten ab hier einen Dampfraum bauen. Hier ist allerdings auch das Erdölvorkommen. Also, könnten wir quasi ab hier einen Dampfraum bauen. Ich kann einfach schon mal hier einen Magmatiziegel setzen. So. Äh, wir können hier schon mal einen Ausgeber hinballern, indem wir jetzt alles reinschmeißen, was da rumsteht. Was machst du hier eigentlich für ein Quatsch? Los, fang den ein. Er macht nur Blödsinn. So. Manuelle Bedienung stelle ich jetzt einfach komplett ab. So. Nur beim Aufräumen. So. Jetzt meint alles. Oder räumen wir noch was auf gerade. Ja. Irgendwas hat Jesse da gerade hingebracht, was aufgeräumt werden sollte. Der Stahl. Danke. Sehr zuvorkommen von dir, Jesse. 720 Kilo Stahl. So. Den bitte da eh wohin machen. Hier ein gestelltes Material. Stahl. Mach mal ein Hemd, bitte. Pullert da weg. Hä? Hat die das denn jetzt hingebracht? Da. Da. Wo willst du die Rakete bauen? Rechts oder links? Links. Ja. Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Würde sein, links. Ist am wenigsten im Weg. Dornblüten können wir halt nicht. woanders entsetzen. Was ist da los? Wow. Wow. Okay, ne? Wir haben einfach mal kein Wasser mehr. Ähm. Entsalzer. Wo bist du denn? Da. So. Strom da dran. Dann sollte sich das Thema gleich dann hoffentlich erledigen. So. Haben die jetzt den Stahl da weggeräumt? Ja. Gut. Dann stellen wir jetzt einfach mal hier ab. Und dann lasse ich jetzt alles hier aufräumen. Auf diesen Fleck da. Die Überquellen nach rechts ein bisschen mehr Platz lassen. Warum? Naja. Wäre kein Problem. Ach. Wir müssen ja alles so klein bauen. So. Nur beim Aufräumen alles. So. Und wenn das jetzt erstmal alles hier rechts liegt. Dann. Sind wir schon mal einen Schritt weiter. Weil dann können wir natürlich jetzt die Ölquelle können wir super nutzen. Ohne dass das irgendwie ein Problem ist. Und sobald wir. Das sich hier weiter abgekühlt hat. Können wir dann tatsächlich auch irgendwann ein. Dampfraum bauen. Für. Das Kühlen von dem Material. Jesse. Warum räumst du auf? Du sollst bauen. Du bist. Bauer. Hä? Was kommt da noch hin? Hä? Hä? Kommt ihr hier irgendwie nicht raus oder so? So. Das ist eher unnütz, wenn ihr das von da nach da rollt. Denkt doch mal ein bisschen mit, das kann doch nicht wahr sein. Dass ich immer das Denken für euch übernehmen muss. Jesse? Fleisch. Okay. Meine Güte, was ne Viecher. Apropos Viecher. Wir müssen hier, glaube ich, mal wieder ein paar Eier rausräumen. Nein, eigentlich verhungern die ja von sich aus. Also regulieren tut sich das schon wohl. Vor allen Dingen, wenn die Pokés mal wieder in Rage-Modus kommen. Ach ja. Hallo Frau Ziller. Tut mir leid, ich hab das zu spät gerade gesehen. Grüße dich, wie war's? Auf der Arbeit. Ach nee, du bist gerade auf der Arbeit, okay. Hallo. Hört auf, das da reinzuschmeißen. Viel Erfolg beim Denken. Bin mal im Bett. All noch eine Menge Spaß. One Piece of a Toast. Danke, dass du da warst. Und ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Hast du eben ernsthaft die Duplikanten zum Mitdenken aufgefordert? Ernsthaft? Ja, ich weiß, das war sinnvollos. Aber was will man machen? So, das ist dann weg und dann können wir hier tatsächlich schon anfangen, uns Gedanken über diesen, dieses Erdölvorkommen zu machen. So. Klima. Ölbrunnen. Zack. So, am liebsten baue ich die Dinger ja eigentlich so, dass... Okay, das geht sogar. Kann ich da aufbauen? Oh ja, wow. Okay, dann... Hä? So. Ja, ob ihr euch wo gleich einsperrt? Ist das eigentlich eine gute Idee, das aus Magmatid zu bauen? Eigentlich... Ja. Können wir gut machen. Das sieht falsch aus. Ja, weiß ich nicht. Aber anscheinend funktioniert das. Keine Ahnung. Also, hier geht's nicht. Könnte ich denn jetzt da noch weiter was drüber? Ja. Anscheinend ist das wirklich nur auf den zwei Ziegeln. Ja, gut. Ähm... Jetzt bin ich gerade aber am überlegen, dass es eigentlich... Falsch. Nö, eigentlich... Können wir hier eine Pumpe hinsetzen. Die kann aus Gold am Agam sein. Die können wir automatisieren. Die können wir automatisieren. Machen wir es halt so. Vor allem brauchen wir aber hier eine Schleuse. Nooo... Nein. Okay, dann müssen wir es hier nochmal anders bauen. Na ja, vor allem müssen wir da sowieso noch irgendwie eine Schleuse rein tüdeln. Das Erdgas ist nicht schwerer. Du kannst dir eine Tür von oben ausbauen, dann bleibt es eh drin. Naja, es soll hier ein Vakuum erstmal drin sein. Zumindest in erster Zeit später ist es, glaube ich, fast egal. Aber... Solange wir hier noch das super heiße Zeug haben, ist das nicht so egal. Seidem wir bauen wieder eine Schleuse. Also generell ist es eigentlich eine ziemlich doofe Idee, wenn das Erdgas dann hier überall rumschwirrt. Wenn man sowieso schon ziemlich einfach daraus kriegen kann. Ohne davor irgendwas großartig filtern zu müssen. Ja, mein Petroleum ist wieder da. Wuuu. Dankeschön für den Hinweis. Ja, genau. Und Erdgas ist leichter als CO2. Es ist immer über CO2. So, das heißt, wir müssen das nach hier hin bauen. Was wiederum nicht funktioniert mit der blöden Pumpe. Hm. Das wäre die Linie. Dann können wir die ISO-Ziegel noch einer hier hinsetzen. Dann können wir hier eine Leiter nach unten machen. Dann passt das doch mit der Pumpe nach da. Kleines Gefrickel hier. So. Führer-Sensor. Zack. Dann kann da die Leiter hin. Jessie kommt nicht weg. Ja, die kommt gleich wo weg. Vielleicht. Ja. War easy. So. So. Das können wir auch so lassen. Ja. Was brauchen wir hier noch? Eigentlich müssen wir hier halt die Decke reinziehen. Was wiederum ein Problem wird hier mit den Slickstern. Obwohl die Slickstern uns jetzt eigentlich auch egal sein können. Und das mit dem Petroleum-Boiler funktioniert hier sowieso nicht mehr so gut. Wo habe ich überhaupt Gitterziegel eingesetzt? Ist ein bisschen doof. macht mehr Sinn. Macht mehr Sinn. Dann kommen wir da so drüber. Dann müssen wir halt irgendwie hier noch eine Schleuse mit reinbauen. Wir haben liebsten eine platzsparende Schleuse. Aber wir wissen alle, dass das keine gute Idee ist. Wenn das hier mal überlaufen sollte, warum auch immer, haben wir ein Problem. Eine Frage zu den Gitterziegel. Können Pumpen direkt über Gitterziegel die Flüssigkeiten inhalb der Gitterziegel rauspumpen? Ja. Also es muss... Du hast ja eigentlich ein Kreuz. Hier unten wäre noch eins. Und hier oben, das Feld muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Damit die pumpen. Was ist mit Jesse los? Jesse? Ah. Was ist mit dir? Wieso bist du denn untätig? Ich verstehe das nicht. Hier ist doch Arbeit. Warum tust du denn die Arbeit nicht? Steht das jemand? Jetzt wird sie Feierabend. Das ist ja der Hammer. Jesse ist ganz schön faul. Kein Material. Sandstein? Hm. 9,7 Tonnen angeblich. Ja, da waren 9 Tonnen oder so in einem Dingens drin. Das ist aus... Nein, das ist nichts ausgegangen. Was ist mit dir? Die kommt so auch hin. Die kommt so auch hin. Das war das Problem. Das war das Problem. Uff. Hallo Todsenkele. Ich grüße dich. Das Problem war, dass die manuelle Bedienung raus ist. Heißt auch gleichzeitig, sie dürfen da nichts rausnehmen. Das ist doch logisch. Oh Mann. So. 4,9. Was ist denn jetzt hier? Warum läuft das da immer noch nicht? Weil die Pumpe noch keinen Strom hat. Es sieht nicht so doll aus. Nee. Das liegt daran, weil wir gerade hier nicht weiterkamen. Hallo Jesse, ich grüße dich. Na du, wie war's bei Stadi Valley? So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einiges an Sohle. mit einer ordentlichen Temperatur für unsere Dornbären. Die sind alle doof. Warum sind die alle doof? Verstehe ich nicht. So. Ich sag jetzt hier mal einfach alles. Schmeiß mal eben. Nein, 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 nein. Manuelle Bedienung aus. Nicht ihr. Nur der Räumer sollte das machen. Danke. Ist jetzt gerade Langeweile, Jesse? Ja. So. Wie sieht's eigentlich hiermit aus? Ich würde das ja noch begrüßen, wenn wir das noch fertig kriegen heute. Wenigstens das Essen mal da transportiert wird, was verkocht wurde. So. Und dann sage ich ihm ja jetzt, es war alles, was verkocht wurde. Knorpelbeere, Knorpelbeere, Barbecue. Manuelle Bedienung zulassen, nur beim Aufräumen. Das eingelegte Zornig. Haben wir sonst noch jemand? Glauben wir nicht. Aufräumen. Es war. Ernähren wir uns nur noch von Schmutzwurzeln und wow. Gibt uns was zu essen. Ja, dann husch, husch ab ins Bettchen, Jesse. Nein, war gut. Außer, dass ich seit einer Stunde schlafen wollte. Ja, geh doch. Bin ich klug scheißen. Aber seit, seit, seit im Kontext mit Zeit zusammenhängen, wird seit, also mit Tee geschrieben. Kratz ihm einfach die Augen aus. Bitte. So, haben die das jetzt da reingeballert? Ja. Interessant ist, dass sie jetzt natürlich die Sachen nicht essen dürfen, weil das hier nicht eingestellt ist. So, und das darf. Hä? Hä? Okay, es ist weg. Ich will ja nicht klug scheißen, aber setze die mit. Ich will ja nicht klug scheißen, aber losgehen enthalten meist eine Klugscheißerei. Dem kann ich nur zustimmen. Das ist wohl so. Okay, was ist hier nicht richtig? Wieso ist die Batterie leer und die Dinger laufen nicht? Achso. Was ist der? Was, 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 was ist passiert? Wie? Wie? Hä? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel macht mich heute fertig. Das Salzwasser aus einem sauberen Tank ist in die Elektro-Leiser geraten. Welchen sauberen Tank? Du meinst, das hier? Dein sauberer ist unendlich. Ja, ich vermute mal das hier. Da kommt die noch nicht dran. So. Könnt ihr das da noch rausholen und wegbringen? Nur beim Aufräumen bringt ihr das weg. Ja, Quatsch. Ihr könnt das auch so wegbringen. Die Cuttlepips da oben loslegen, sieht das fast aus wie eine Orge. Ja, es ist viel Liebe in der Luft. Oh je, oh je, oh je. Das ist ein Gewuschel. Am besten einmal Wasser, Wasser hochlaufen lassen. Bis nichts mehr da ist. So, wir können hier auch noch weiter graben jetzt. Und bauen. Viel Liebe in der Luft, aber nur bis die Pokis in den Rage-Modus wechseln. So sieht's aus. Wenn die Pokis anfangen, dann ist es auch nicht mehr... Dann geht's los. Wie die auch einfach hier zwischendurch Langeweile haben. Du kannst da doch... Nee, kannst doch nicht. Du kannst gleich wieder, Jesse. Da können wir dicht machen und dann ist das Thema hier auch durch. Ja, bis hierhin müssen wir sowieso irgendwann... Alles zerlegen. Also das kommt alles hin. Das, was hier im Weg ist, ist halb so wild. Okay, unser Essen ist auch wieder zurück. Unser Essen ist back. Die können da eigentlich so viele drauf sein. Ich dachte, es dürfen nur 20 in Raum. Das sind Geheimnisse. Das sind Geheimnisse. Das ist ein Mod. Gemähnchen. Nennt sich No Sensor Limits. Eigentlich brauche ich den immer für was anderes. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, dass der Mod tatsächlich auch zulässt, dass man hier maximal 9999 Tiere eingeben kann. Und seitdem ist das einer meiner absoluten Lieblings-Mods. Eigentlich habe ich den immer gebraucht für die unendlichen Gastanks, damit ich die Tankanzeigen bauen kann. Wer nicht weiß, worum es geht... So, vielleicht. Ha! Ich habe die wirklich gut angelegt. Gehen sogar 99.999 Tiere, wenn ich mir nicht erzählt habe. Aber, ja, ich lasse die merken und zählen, das ist eigentlich nicht so deins, ne? Aber tatsächlich, du hast recht. So, und sobald das gleiche oder das demnächst in... Aktion tritt, sollten unsere Stromprobleme definitiv der Geschichte angehören. Was ja auch noch ganz interessant ist, das Rohöl kommt ja auch noch mit einer Temperatur daraus, die wir wiederum nutzen können, um dann auch Sohle zu kühlen, äh, zu erhitzen. Eine Million minus eins. Eine Million Tiere auf zwei Ziege. Ja, der Lafti ist heute auf jeden Fall ziemlich hart am Klugscheißer, ne? Ach du Scheiße, wie spät haben wir das denn? Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, dann machen wir mal so langsam hier, ne? Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Ah, ja, ein paar Tage nicht, nicht, nicht gestreamt und schon verlernt. Zyklus 150 Screenshot machen. Kriegt ihr dann. Ich muss eh noch Thumbnail machen und so. Ihr Lieben, vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen an die YouTuber. Liken, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das erste Mal dabei seid. Dankeschön. Und, ja, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal rüber. Bis zum nächsten Mal.